ja ich bin doch da so wieder inszenen aufnahme die die wir sind nur also zu info mit youtube verdient man wenig geld ja also ich kann schon seit jahren nicht mehr von youtube leben aber man kann sogar geld damit verdienen darum geht es ja wieso ein deutschland war mal lieber durchbarkehren meint es ist wichtig bietet es uns machen zufrieden jaja man kann ja geld verdienen aber es ist also klar wenn du jetzt so eine größe hast du bist die da kannst du zumindest den lebensunterhalt mitbezahlen ja ja das wäre urheberrechtlich geschützt egal auf was gehen wir auf dem lol zwei jäger die machen wir platt alle auf den jäger überraschungsangriff einfach nach rechts reiten das ist unsere taktik für heute abend rauf rauf ok unten bleiben unten heil dich um eine jäger ist gleich da und wo ich drauf bin ja der ist da lol wenn das eventiert ok ich mach mal insigne wo ist denn der andere hinten nach der mitte von der brücke der ist auch gleich da und ich hab'n ah der gibt mir stille der gibt mir stille der arsch ohne die stille wir holen mir die leute oh ey Wax eben bist du abgegangen ich verstehe nicht du machst so einen burst schaden aber im gesamten damage bin ich immer noch vorne ich verstehe das nicht keine ahnung du hast egal ich bin gar nicht auf den jäger draufgegangen ja Wax ich bin gar nicht auf den jäger draufgegangen ey das ist porno sowas das ist so porno einfach das ist pve das ist pve einfach porno wegbursten hey Twitter Gaming ist übrigens da user was moved to your channel da tut mir leid warte ich switch euch wieder hey es legt ich meckte sogar die tlsen der ist nicht mehr blub der ist unholy mittlerweile der ist der ist Achtung Leute pssst wir nehmen für ihn 10 auf auf den Dissi auf wen gehen wir auf den Dissi oder wir können genau ihr könnt ihr bei eurem Maul halten jetzt ist Konzentration und auf den Dissi konzentration konzentration oh ok 10 Sekunden bis Pull 20 Sekunden bis der Priest schauen wir mal ob es wieder dasselbe ist überhaupt es muss ein Troll sein denk ich oder ne es ist ein anderer Trainer ist ein anderer gar trotzdem drauf direkt auf mich ja Fickzeug ins Knie das ist ein anderer Dissi Nein. Wart nicht. Joch. Der Worgs nennt sein A-A-A-S-O. Alter, nice. Ey, wir sind sowas von Imba, Alter. Wir sind so geil. Ja, wir sind so geil, oder? Wir sind so Imba. Uhuhuhuhu. Uhuhuhu. Nice. Wir können ticken wollen. Der Einer hat sich selbst getötet, weil wir nur zwei Todesstöße haben. Der ist vielleicht rausgegangen. So what the fuck. Der ist vielleicht rausgegangen, die Spastik, die Sau, die dreckig. Komm, meld an. Go, go. Noch eins, oder? Ja, sicher eins. Ich kenne jeden einzelnen Chinesen, der diesen Account gestellt hat. Wow. Alter. Shadow, Frost und Frost. Kein Heal. Kein Heal. Kein Heal. Kein Heal. Dann gehen wir auf den Priest-Down. Wir poppen die Down. Yeah. Zwei Minuten, dann musst du das Ei verlosen. Go, go. Ja, komm. Und wenn es das eine Minute später verlost, macht es auch nichts. Nee, macht auch nichts. Aber jetzt die Leute flamen ihn sonst wie bei Julien's Block. Die drei Leute, die das auf Wagen, die können noch zwei Minuten länger warten. Ja, es gewinnen drei Leute. Genau, Vorks. Hier, stell mal bitte Gs. Vorks, stell... Du, ich und Jung. Wir gewinnen, meinst du? Ich glaub nicht. Ich hab mir... Ich würd so lachen, wenn ich gewinn, Alter. Hast du einen Kommentar geschrieben? Ja, klar. Und zwei Minuten noch. Oh, ich muss pissen. Ich hab mit allen meinen tausend, äh, Accounts geschrieben. Ja, nach Spanien schick ich's nicht. Sorry. Geht's am besten direkt auf den Shadow? Ja. Direkt auf den Shadow. Aber richtig hinreiten. Vorreiten gleich. Mhm. So richtig auch hinreiten. Wie kann man denn dieses Pralle-Ei gewinnen? Muss man dafür irgendwas Spezielles machen? Ja. Ein Kommentar schreiben. Erstmal die Fresse halten, weil wir hier grad aufnehmen. Jetzt rennt der einmal um den Kreis, Alter. Will der mich verarschen? Will der mich verarschen, Alter. Vergesst den Shadow, wenn er euch zu sehr beschäftigt. Nee, nee, der ist gleich da oben. Bin übrigens grad im Schieb. Alter, der hat Dispersion an dieses Schwein. Da hat alles zu Walks. Der Shadow stirbt jetzt. Go, go. Ja. Nice. Shadow is down. Beschäftigst von der Frostmage ein bisschen. Der Dekar ist auf dem Dekar. Der Krieger ist auf dem Dekar. Nice. Äh, der, der Mage. Alles egal was. Nice, nice, nice. Wir sind so IPPA. 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 Schau mal die Wertung des gegnerischen Teams. Die war über uns. Ja! Was viel scheiß du? Nice. So, ich will kurz pissen und dann tun wir das Ei kurz verlosen. Hier, wieso kann ich nicht entbannen? Was ist das? Message deleted, lol. Wieso kann ich... Du hast doch ehrlich einen Knall, oder? Wieso habe ich keine Rechte? Nee, hey, Twitter, bitte nicht die Bewertung. Du hast Rechte, Wurks. Meld dich an. Ja, aber... Ah, jetzt. Okay, passt. Musst du einmal schreiben. Nein. Kleinen Moment. Ui, das ist wieder hart. Willkommen bei... Überhaupt nichts wird hart. Zurück. Wir machen... Wir gehen auf den Paladin. Wir gehen auf den schwulen rosa Paladin. Ja. Und glaubt ihr, warum Paladin rosa als Klassenfarbe hat? Hallo? Weil die eine Rosette haben, alle. Ja. Die tanzen alle bei MCA. Aldi, du weißt nicht mal, was eine Rosette ist. Ich kann's googeln. Ich kann's googeln. Oh nein, hör auf. Nein, nix. Das ist nix für dich. Das kennst du nicht. Rosette, Wikipedia. Wikipedia. Gibt's da auch eine Monopoly-Version davon? Auf wen gehen wir denn? Oder geht's ihr denn? Wir regeln das, Jum. Paladin. Wir regeln das. Einfach vorlaufen. Nicht warten, sondern vorlaufen. Gerade durch Paladin. Go. Der hat nur 391k. Unsichtbar. Ui, jetzt haben sie sich unsichtbar gemacht. Ui. Lol, im Kampf. Ich bin betäubt. Auf den Paladin. Wow. Wax. Ja, ich hab hier... Schon was an? Noch einmal. Ich bin noch einmal betäubt. Heunmagn. Heelren. Ich hab immer noch was an. Soulstone. Der Magier ist da unten. Heunmagn. Heil mich. Heil mich. Es geht nicht. Ich bin da unten schief da. Geh auf Magier. Nice. Magier ist da unten. Heil mich. Heilt mich. Ja, komm, holdet rum. Alter, wir ownen. Uh, wir pwnen die nicht, was die ist. Nice. Insane in my brain. Insane in my brain. Insane in my brain. Oh, du willst, ey. Wir gehen so ab. Aber Anfang abgelost ist jetzt. Ja, wirklich. Komm, die zugekoksten, vollgekifften Scheiß. Geh mal wieder auf'n Pala. Geh auf'n Pala. Was dann nicht saubig, die dreckige. Oh, Mpala, Mpala, Mpala. Bolo, Bolo. Luki, Luki. Dass die immer noch weitermachen, ne? Ja. Die lernen's nicht. Jetzt auf'n Schuppen, jetzt auf'n Schuppen. Jetzt kommt er erst damit auf'n Schuppen. die sind echt hartnäckig ne die sind richtig hartnäckig die wollen glaube ich gar nicht verlieren ja was machen wir da jetzt wenn die nicht verlieren wollen ja dann legen wir uns wenn die nicht verlieren wollen wir sind zwei Caster und der gibt dem Schurken Ding hat der Schutzer ist eh Alter wie doof ist der denn geh auf den Schurken ich beschäftige den Parler lieber ne geh auf den Schurken der ist fast down das kriegst du ein Speedchild mein lieber Schurke komm her komm zu mir dann ist er wollen wir den voll heilen lassen ne komm da sind noch Mana Regen na der Mana der mährt sich nicht mehr guck schau ich mach ihm mal Manahymne oh Markle hat zwei Todesstöße Markle hat zwei Todesstöße ja die Tode ich hab's euch schon mal heutzutage die Todesstöße die Gegner sind ja mal schlecht Markle carry Alter die Gegner sind nicht schlecht wir sind einfach nur zu gut Junge Pause für dich jetzt ohne Witz haben wir heute überhaupt schon mal ein Ding verloren ja die ersten drei die ersten drei ja man darf keine Angst zeigen dieses ach komm jetzt gehen wir mal rein und dann gucken wir auf wen wir gehen das darfst du nicht wir müssen sofort ran die Taktik müssen wir beibehalten so auf den Priest also Jungs ich bin weg ja ich spaß euch noch die physische zu dass sie warm bleiben ja mach ich auch wer bist du warm Knorlo? wer bist du eigentlich? wie wie ich hab' euch jetzt nicht verstanden? Knorlo so Knorlo mach's gut du hast leider das Ei nicht geholfen hau rein tut mir leid ja schade tschüss jo tschüss guten Nacht guten Nacht guten Nacht guten Nacht guten Nacht guten Nacht ja du kannst dich jetzt auslaufen okay ich glaub nicht du sollst jetzt rausgehen sonst wird's peinlich so ja servus wir wollen nämlich jetzt über dich hetzen jetzt kannst du dann morgen gleich machen servus servus das war ein Arschlocher also wer war das? das war der Knödel in die Küche so jetzt Konzentration auf wen gehen wir an die Ziel jetzt hier auf den Priest 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 und sofort hinweiten rechts direkt nach vorne hinauf Wax hinauf Überraschung Erdbeerwoche Erdbeerwoche Alter der ist Erdbeerwoche ja heil mich jetzt auf Kübiskern jetzt auf Kübiskern alter wir sind so imba und auf Bibisltag wir sind so imba ey ich kotze ohne Witz wir sind so imba wir müssten 3000 Erwertung spielen so geil sind wir mach mal auf 3000 ui da lebt doch noch einer ui da lebt doch noch einer das waren nur die Nerven der zweite ey warte mal ich krieg mal den Erfolg warte mal nicht anmelden hast du gerade bekommen ne 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 Arena GZ 25.000 Eroberungspunkte lol 25 Siege noch und dann hab ich schon 200 Arena Punkte 200 Arena gewinnspiel gemacht gewonnen boah müssen wir dann wieder ein anmelden ey ich brauch ich brauch nur noch 8 Wins lol ey ich brauch noch 200 Punkte für den Erfolg der Weghaus hat grad Tränen in den Augen meinte er sooo Insane Aufnahme die 27. Ja es ist schon wieder eine Woche her mittlerweile sind wir schon im Oktober die ersten Schneeflocken fallen vom Dach und die älte ihre Mutter was haben wir denn Diszipries wieder uh die machen wir ja auf die Diszi die selben wie letzte Woche wir reiten wir reiten gleich links rum unten links rum dann sind wir bei denen ja ne von der Plattform ne zuerst auf die Plattform und dann links wollen wir runter Segelborgs nein das ist ähm das ist scheiße das kommt zu das Hit ist Style weißt du das ist Style ja das ist aber zu cool zu lässig und das kann uns das Genick brechen Wackle ja ich sag wir müssen sofort auf den Diszi gogo gleich anvisieren auf die Erdbeerwochen alter Schede was für ein Zufall die selben wie letzte Woche wow dass die auch noch spielen diese Woche hm die gehen auf mich die gehen auf mich ich bin im Wirbel ich hab mich selbst der D.K. D.K. ich gleich down den hab ich gleich down hab ich gleich down ist er down nice nee Stealth geschäftigst von dem Priester Wax nee ich mach den anderen den Artoris der ist gleich down alter den Börs nicht um alter der ist nice nice jetzt nur noch die Erdbeerwoche hier go uuuhu 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 nice es geht nur um Burst macht es einfach mal nach ey pbppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp Habe ich auf 1800 gezockt. Mit dem 2A-Team. Einfach. Nice. Der Scheiß. W-N-A-T-C-A-T!